Zu den Notfällen dieser Welt. Zu den Kontakten dieser Welt. Warum halte ich denn eigentlich immer eine Marke rein? Weil Marken wieder mal Sponsoren generieren. Wenn Werte gelöscht werden müssen, die brennen. Die seelischen Werte. Und manche Menschen hintergettern müssen, wenn sie Kleinkinder auf den Kopf schlagen. Aber immer noch frei sind, obwohl sie gesprochen haben, beim Schlagen du musst tot sein. Du musst tot sein. Und es nicht ausreicht, dass eine externe junge Dame das zweijährige Kind auf einer Stahltreppe auf dem Arm der Mutter aus den Händen reißt. dann müssen die Leute was am Dach haben. Wenn sie das nicht checken, was da hätte passieren können. Werte anders versichern. Für den Bike No Limits. Baustellen des Lebens öfters mal anders betrachten. mehr Herz für Polizei und Gericht. Damit die Wände, die Mauern für mehr Humanität fallen. Wenn es um Humanität geht, und Begriffe und die die zu entscheiden haben, Jetzt müssen wir eingreifen. Aber ein Richter aus Brüssel, ein BGH-Richter AD, ein Journalist aus Brüssel, ein Staatsanwalt aus Nürnberg und so viele mehr sagen, du bist eigentlich, also ich, schon überfällig, nicht überflüssig. Auf Good Travels, Filmbike, No Limits, wenn das Handy zur Unfallstelle wird. Better Spirit, have a good time, Nürnberg. Und nun zum nächsten Fall. Der Fall, Kurt B. No Boris, for Human Rights, World Right. Hat heute einen am Morgen gesagt, naja, jetzt kommt wieder der Fahrradfilmer, der Fahrradretter. Vielen Dank. Dafür gibt es eigentlich Notdienste, Notärzte. Aber was, was eine Kamera, was eine Kamera nicht alles so bewegen kann, wenn sie am richtigen Ort Wesentliches im O-Ton, im O-Bild memoriert. Auch natürlich im Sinne von Madame, Golden Cam Winners, Dunia Hayali. Da steht man mit ihr garantiert nicht im Wald, wenn es um TV Courage geht.